Was geht ab und was geht da um meine Friends und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute geht es um die Herausforderung. Ja, springe auf verschiedenes Hundertspielzeug bei der Entwelle. Wo die Entwelle ist und was ihr dort ganz genau tun müsst, zeige ich euch wie immer natürlich hier auf meinem Kanal. Falls auch du jetzt neu auf dem Kanal bist, gerne nichts mehr verpassen willst rund um Herausforderungen, Leaks zu Fortnite und anderen Games, gerne kostenlos den Abo-Button drücken und vielleicht, ja, dem Video ein Like geben, wenn es dir am Ende geholfen hat. Hier sind wir auch schon bei der Entwella, die sollte eigentlich auch mittlerweile jeder kennen. Wir machen noch ein Video zu den ganzen neuen Orten, das kommt auch noch morgen online, also immer entspannt bleiben. Da kommt noch einiges an Content auf euch zu. So, hier war schon das erste Spielzeug, dieser Tennis-Volt hier direkt draußen. Wie gesagt, die Villa befindet sich direkt hier bei Holly Hedges und Sweaty Sands. Unmittelbar dazwischen, ich blende gleich auch nochmal eine Karte ein. Hier einmal müsst ihr auch auf diese ganzen Bälle hüpfen, eigentlich ganz locker easy gemacht. Und dann gibt es hier noch einen Hundeknochen, der hilft jetzt auch noch einmal drauf. Und dann habt ihr die Aufgabe schon gelöst. Es gibt mehr Spielzeuge als hier. Aufgaben zum Hüpfen, sage ich jetzt einfach mal. Hier kommt ihr wieder raus, kurz und knapp. Das war die Lösung. Bis zum nächsten Video, meine Freunde. Peace out. Malfagos. Tschüss. Musik... Musik... Bis zum nächsten Mal.